Orangen Creme mit Schokosauce, Orangen und Schokolade sind wie füreinander geschaffen, besonders wenn sie locker leichte Creme und sahnige Schokosauce daherkommen. 3 Orangen, Klammer auf 1 davon, Bio, Klammer zu, 100 Gramm plus 1 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Zitronensaft, 5 türkische Liga Speisestärke, Klammer auf 50 Gramm, Klammer zu, 225 Gramm Sahne, 200 Milliliter Milch, 50 Gramm Nuss Nougat Creme, 1 türkische Liga Kakaopulver nach Belieben, halbierte Orangenscheiben und geschlagene Sahne zum Verziehen für 4 Personen, CD 45 Zubereitung, 3 Stunden, 40 Kühlen pro Portion, ca. 470 Kilokalorien, 7 Gramm EW, 24 Gramm F, 55 Gramm Ka1, die Bio-Orange waschen, trocken reiben und die Schale fein abreiben, Orangen auspressen, 35 Ohm Wasser mit der Orangenschale und 2 G-Zucker aufkochen, 2 den Orangensaft mit Wasser zu 35 Ohm auffüllen, Zitronensaft und 5 Ohm Wasser mit 4 türkische Liga, Klammer auf 40 Gramm, Klammer zu, Stärke verrühren und mit dem Orangensaft verrühren, Orangensaftmischung mit einem Schneebesen langsam unterrühren, in das kochende Zuckerwasser rühren, alles unterrühren, aufkochen, vom Herd nehmen und auskühlen lassen, 3 für die Soße EOG Sahne und 150 Milliliter Milch aufkochen, Die Nuss-Nougat-Creme, 1 Esslöffel Zucker und den Kakao in die Sahne Milch rühren, 5 Ohm Milch und ITL-Klammer auf IOG-Klammer zu, Stärke verrühren und in die kochende Sahne Milch rühren, Einmal aufkoche unter gelegentlichem Rühren auskühle, 4125 Gramm Sahne steif schlagen und mit Schneebesen, gleichmäßig unter die AK-A-Germ heben, Die Creme in Dessert geunterstrich ziehen und mindestens 3 Stunden kalt stellen, 5 zum Servieren, etwas Schoko-Sauce, Irkencreme geben und nach Belieben mit 7, minus 2 T, 91,1 Scheiben und Sahne verziehen, den Ries-Sekosauce dazu reichen, Tipp die Schoko-Sauce schmeckt auch köstlich zu mir, es, Grießbrei, süßen Pfannkuchen oder noch heiß Zettel oder Erdbeereis, Gut zu wissen, Orangen-Orangen sind in der kalten Jahreszeit nicht nur ihres vitaminreichen Saftes sehr beliebt, Auch Heeschale verleiht vielen herzhaften Gerichten, Desea und Kuchen eine raffiniert frische Note, Wird die der Frucht verwendet, sollte Bio-Ware beim Ein-K-Unterstrich erste Wahl sein, Nur so können sie sicher sein, weder Pestizide noch Schalenbehandlungsmittel ersetzt wurden, Falls sie keine Bio-Orangen-Beck O7E gibt es als alternative fertig geriebene Gratrangens, Bei den Backzutaten im Supermarkt